Einmeldung. Die Impfung mit AstraZeneca-Impfstoff betreffend Covid-19 wird nun auch in Deutschland ausgesetzt. Das hat das Bundesgesundheitsministerium soeben mitgeteilt. Hintergrund ist, dass bei einer Vielzahl von Geimpften es zu einem Auftreten von Thrombose kam und die Ursachen hier näher untersucht werden müssen. Die Impfsituation, die in Deutschland aufgrund der Versäumnisse der Politik sowieso schon sehr problematisch ist, hat sich damit weiter verschlechtert. Der Rückstand, den Deutschland zu anderen Industrienationen erhalten hat, vergrößert sich. Ich darf also wiederholen, AstraZenecas Impfstoff gegen Covid-19-Infektionen wird einstweilen ausgesetzt, bis die Ursachen der Thromboseauftretungen geklärt sind. Da ist zumindest im Moment die Nachrichten, sobald es Neuerungen gibt, unten in der Description-Box.